Harnsäure ist ein natürlicher Bestandteil unseres Körpers, aber zu viel davon kann zu gesundheitlichen Problemen führen, wie etwa Gicht. Glücklicherweise gibt es viele Lebensmittel, die helfen können, den Harnsäurespiegel zu senken. Wenn du also unter einem hohen Harnsäurespiegel leidest oder einfach nur sicherstellen möchtest, dass dein Spiegel im gesunden Bereich bleibt, dann bist du hier genau richtig. Denn heute zeigen wir dir 7 Lebensmittel, die deinen Harnsäurespiegel senken können. Nummer 1 – Kirschen Kirschen sind nicht nur lecker, sondern auch unglaublich gesund. Sie enthalten viele Antioxidantien und können helfen, den Harnsäurespiegel zu senken. Also greif ruhig öfter mal zu einer Handvoll Kirschen. Nummer 2 – Sellerie Sellerie ist ein hervorragendes Lebensmittel zur Senkung des Harnsäurespiegels. Er enthält viele Ballaststoffe und hat eine harntreibende Wirkung, die dazu beiträgt, überschüssige Harnsäure aus dem Körper zu entfernen. Nummer 3 – Gurken Gurken sind reich an Wasser und helfen, den Körper zu entgiften. Sie können auch dazu beitragen, den Harnsäurespiegel zu senken. Also füge ruhig öfter mal ein paar Gurkenscheiben zu deinem Salat hinzu. Nummer 4 – Äpfel Äpfel sind reich an Vitamin C und Ballaststoffen, die beide dazu beitragen können, den Harnsäurespiegel zu senken. Ein Apfel am Tag hält also nicht nur den Arzt fern, sondern auch die Harnsäure in Schach. Nummer 5 – Karotten Karotten sind reich an Beta-Carotin, einem Antioxidant, das dazu beitragen kann, den Harnsäurespiegel zu senken. Also schnapp dir eine Karotte und knabbere dich gesund. Nummer 6 – Bananen Bananen sind reich an Kalium, das dazu beitragen kann, den Harnsäurespiegel zu senken. Also gönn dir ruhig öfter mal eine Banane als Snack zwischendurch. Nummer 7 – Erdbeeren Erdbeeren sind nicht nur lecker, sondern auch gesund. Sie enthalten viele Antioxidantien und können dazu beitragen, den Harnsäurespiegel zu senken. Also füge ruhig öfter mal ein paar Erdbeeren zu deinem Joghurt oder Müsli hinzu. Wie du siehst, gibt es viele Lebensmittel, die dazu beitragen können, den Harnsäurespiegel zu senken. Also probiere sie ruhig aus und genieß die gesundheitlichen Vorteile. Was hältst du von diesen Lebensmitteln? Welche anderen Tipps zur Senkung des Harnsäurespiegels hast du? Teile sie mit uns in den Kommentaren. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine unserer informativen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal und hab einen tollen Tag!